Rainer, wo bist du? Ich bin hier, Mama. Lass uns ein paar Bösewichte fangen. Hallo, ich bin Rainer aus South Carolina. Bevor ich dir meine Geschichte erzähle, bitte ich dich um ein Like und ein Abo. Als ich ein kleines Kind war, wollte ich genau wie meine Mutter sein. Sie war meine Superheldin. Meine Mutter war Polizistin und hat immer die bösen Jungs hinter Gittern gebracht. Das war so cool. Als ich fünf war, fing ich an, mich wie sie zu verkleiden. Ich wollte nur ein blaues Hemd, eine blaue Hose und eine Mütze tragen, genau wie sie. Aber als sie mich im Kindergarten absetzte, haben die Kinder das nicht wirklich verstanden. Was hast du denn da an? Blau wie meine Mama. Ich will sie aussehen wie sie. Aber es ist doch nicht Halloween, du Loser. Du bist so komisch. Als Mama mich fragte, wie mein erster Schultag war, sagte ich ihr, dass ich nicht darüber reden möchte. Und von diesem Tag an tat ich nur so, als würde ich Verbrechen bekämpfen, wenn ich zu Hause war. Ich hatte Mom noch nie in Aktion gesehen. War das erste Mal, als ich es tat, war eine schreckliche Erfahrung. Es war der erste Tag in der Mittelschule. Und Mom setzte mich in ihrem Polizeiauto ab. Als ich ausstieg, bemerkte ich, wie mich ein Haufen Kinder anstarrte. Warum setzt sich die Polizei ab? Bist du eine Kriminelle? Nein, das ist nur meine Mutter. Sie ist die coolste. Wurdest du verhaftet? Bist du ein schlechter Mensch? Nein, meine Mutter ist nur eine Polizistin. Plötzlich sprang Mama aus ihrem Auto und drückte einen der Schüler an die Wand. Ich war entsetzt. Mama, was machst du da? Bleib zurück und lass mich meine Arbeit machen. Sie begann, den Jungen zu ihrem Auto zu bringen, während er in Tränen ausbrach und ich sie anfleerte, aufzuhören. In diesem Moment kam der Schulleiter hinzu. Was ist hier los? Wo liegt das Problem, ma'am? Ich habe gesehen, wie dieses Kind etwas in seine Tasche gesteckt hat. Er könnte mein Kind in Gefahr bringen. Ich muss sicherstellen, dass er keine Waffe mit in die Schule bringt. Officer, es gibt keinen Grund, ihn zu verdächtigen. Wenn Sie wollen, können Sie seine Taschen ausleeren. Der verängstigte Junge öffnete seine Taschen und enthüllte Kaugummi und Filzstifte. Gott, das war so peinlich. Wie konnte sie das nur tun? Mama wurde rot und ging einfach weg. Und all die Kinder starrten mich an. Das ist deine Mutter? Bleib weg von uns. Wir wollen nicht in den Knast, weil deine Mutter eine Verrückte ist. Was für ein schrecklicher Anfang. Ich schämte mich so sehr, als ich in meine Klasse ging und leise einen Platz ganz hinten einnahm, als sich ein Mädchen vorbeugte und flüsterte. Hey, ich habe gesehen, was passiert ist. Geht es dir gut? Es war so peinlich. Ich kann nicht glauben, dass meine Mutter das getan hat. Mütter können so peinlich sein. Meine Mutter macht mich immer von meinen Freunden lächerlich. Übrigens, ich bin Laura. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, weinte meine Mutter und flehte mich an, ihr zu verzeihen. Ich bin deine Mutter. Es ist meine Aufgabe, dich zu beschützen. Es tut mir so leid, dass ich dich in einer neuen Schule in Verlegenheit gebracht habe. Ich habe immer gedacht, dass du die coolste bist, Mama. Aber das war schrecklich. Versprich mir einfach, dass du das nie wieder machst. Sie versprach es und ich umarmte sie fest. Es war schwierig mit den anderen Kindern in der Schule. Aber wenigstens hing Laura mit mir ab. Einmal erwischte sie mich dabei, wie ich einen Jungen in unserer Klasse anstarrte. Du magst ihn, nicht wahr? Vielleicht ja. Er ist wirklich süß. Du solltest ihm Hallo sagen. Aber nicht heute. Ich komme heute Abend zu dir nach Hause und ich helfe dir, morgen super hübsch auszusehen. Ja, das wäre toll. Ich freute mich so sehr darauf, Laura bei mir zu Hause zu haben und ihr einen besseren Eindruck von Mama zu vermitteln. Aber kaum hatten wir mein Haus betreten, kam Mom angerannt, stürzte sich auf Laura und warf sie zu Boden. Mom, was machst du da? Dieses Mädchen hier gehört zu einer Diebesbande, die wir suchen. Sie sieht genauso aus wie die Hauptverdächtige. Nein, Mama, das ist nur meine Freundin. Aber Mama nahm Laura mit zur Polizeiwache. Nur um herauszufinden, dass sie sich mal wieder geirrt hatte. Und am nächsten Tag in der Schule erzählte Laura allen, was passiert war. Niemand wollte in meiner Nähe sitzen. Und mein Schwarm schaute mich nicht einmal mehr an. Laura, es tut mir so leid, was meine Mutter getan hat. Kannst du nicht einfach mit mir reden? Auf keinen Fall! Du hältst deine Mama für eine Superheldin. Und das bedeutet, dass du genauso verrückt bist wie sie. Du bist eine Idiotin, wenn du glaubst, dass ich jemals wieder mit dir reden will. Zu Hause konnte ich meine Wut auf Mama nicht mehr zurückhalten. Du hast versprochen, dass du mich nicht mehr blamieren würdest. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Niemand will mehr mit mir reden. Es tut mir so leid, Süße. Du weißt, wie hart mein Job ist. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist. Das muss ich einfach tun. Du meinst, du musst Mitschüler angreifen? Als wären sie kriminelle Superhirne? Wenn du nicht so schlecht in deinem Job wärst, würdest du vielleicht nicht ständig mein Leben ruinieren. Ich rannte hoch in mein Zimmer und knallte die Tür zu. Meine Mutter klopfte ein paar Mal an die Tür, aber dann ließ sie mich in Ruhe. Gut so. Ich wollte wirklich nicht mit ihr reden. Niemand war glücklicher als ich, als die Mittelstufe vorbei war und ich an einer neuen Realschule anfing. Ich machte Mom klar, dass ich nicht wollte, dass sie auch nur in die Nähe meiner Schule kam. Selbst wenn es einen Notfall gibt, schick einfach jemand anderen hin, okay? Keine Sorge, ich werde nicht kommen. Versprochen. Diesmal hatte ich meine Lektion gelernt und nahm den Bus, um nicht zu riskieren, dass mich jemand in einem Polizeiauto sieht. Und als ich 16 wurde, kaufte mir Mama ein eigenes Auto. Ich war so dankbar dafür, dass ich fast alles vergaß, was vorher passiert war. Ich durfte meine Freunde überall hinfahren und ich fuhr immer zu meinen Verabredungen, anstatt dass Jungs mich abholten und Mom sie ausfragte. Es war perfekt, bis eines Tages, mitten in der Biologiestunde, eine Gruppe von Polizisten in meine Klasse stürmte, darunter auch Mom. Wir haben einen Tipp bekommen, dass die Kinder in dieser Klasse gefährliche Substanzen benutzen. Oh, vielleicht haben einige Kinder ihre Experimente ins Internet gestellt. Das war wahrscheinlich nur ein Missverständnis. Das werden wir entscheiden. Und dann gingen sie alle unsere Sachen durch und stellten allen Schülern Fragen. Alle tuschelten und ich bete, dass niemand wusste, dass sie meine Mom war. Sieht aus, als wäre es doch nur ein Missverständnis gewesen. Entschuldigung für die Unterbrechung. Puh, ich war davon gekommen, ohne dass es jemand mitbekam. Aber gerade als Mom aus der Tür war, drehte sie sich doch einmal um und küsste mich auf die Stirn. Wir sehen uns zu Hause, Süße. Oh mein Gott. Die ganze Klasse starrte mich an, als wäre ich eine Verbrecherin. Als der Unterricht zu Ende war, tuschelten und kicherten alle um mich herum und sagten, ich müsse genauso verrückt sein wie meine Mutter. Ich hatte es einfach satt. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, sorgte ich dafür, dass Mama wusste, dass es keine Ausreden mehr gab. Das war's, Mama. Du hast es gerade wieder getan. Es tut mir so leid, Schatz. Das gehört zu meinem Job. Du wirst es verstehen, wenn du ein Polizist bist. Glaubst du, ich will nach all dem Polizistin werden? Vergiss es. Ich will nicht so werden wie du. Danach distanzierte ich mich immer mehr von meiner Mutter. Es war eine Erleichterung, als ich am anderen Ende des Landes aufs College ging und ich mir keine Sorgen mehr machen musste, dass sie sich in mein Leben einmischte. Ich wollte kein Polizistin werden, aber ich hatte immer noch eine Leidenschaft für die Strafverfolgung. Also beschloss ich, Anwältin zu werden. Als ich eines Tages zu meiner Klasse eilte, stieß ich mit einem Jungen zusammen und alle Bücher flogen auf den Boden. Als ich eine Entschuldigung murmelte und sie aufheben wollte, kniete er sich hin, um mir zu helfen. Und ich sah, dass er wirklich süß war. Warte, ich hab deinen Namen nicht verstanden. Ich heiße Rainer. Wenn ich in der Jury säße, Rainer, würde ich dich für schuldig befinden. Denn so hübsch zu sein, ist kriminell. Funktionieren diese kitschigen Sprüche überhaupt noch? Das werde ich gleich herausfinden. Hast du Lust, heute Abend einen Kaffee mit mir trinken zu gehen? Klar. Warum nicht? Sein Name war Chase und wir fingen an, uns zu treffen und ich verliebte mich in ihn. Er war so klug und wollte unbedingt Anwalt werden. Und kurz nach unserem Abschluss machte er mir einen Antrag. Ja, ja natürlich werde ich dich heiraten. Am nächsten Tag flogen wir in seine Heimatstadt, um seine Mutter zu treffen. Ich freue mich so sehr, dass du zu unserer Familie gehörst. Ich auch. Chases Mutter war immer so nett zu mir. Sie hat mich nie in Verlegenheit gebracht und mich vor Freunden und Verwandten immer ihre schöne Schwiegertochter genannt. Als wir geheiratet haben, ist meine Mutter zur Hochzeit eingeflogen. Wir hatten viel Spaß, aber ich merkte, dass sie verletzt war, weil ich Chases Familie so nahe stand und ihr nicht mehr. Ein Jahr später bekamen wir unsere kleine Tochter. Wir nannten sie Stacy und verliebten uns sofort in sie. Wir hatten eine tolle Zeit als unsere kleine Familie. Wir wohnten neben Chases Mutter, die uns oft zu Hilfe kam. Jeden Abend saß ich mit Chase auf der Couch und wir hielten abwechselnd unser Baby. Ich war noch nie so glücklich gewesen. Doch dann beschloss Chase, alles hinzuschmeißen und zur Armee zu gehen. Ich war so wütend und schrie ihn stundenlang an. Aber er sagte mir, dass er das tun müsse und dass er meine Unterstützung brauche. Ich konnte nicht glauben, dass er mich mit unserem Baby alleine lassen wollte, aber ich ließ ihn gehen. In der ersten Nacht weinte Stacy so sehr, dass sie einfach nicht aufhören wollte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also rief ich meine Mutter an und erzählte ihr alles. Und sie sprang in den nächsten Flieger und kam zu mir. Sie half mir, mich um meine Tochter zu kümmern, als ich alleine war. Ich war so dankbar, dass sie für mich da war. Eine Woche später kam Jaces Mutter zu Besuch. Ich musste dich und Stacy einfach sehen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich ihn vermisse. Natürlich weiß ich das. Eigentlich bin ich seine Familie. Ich habe ihn ganz alleine aufgezogen. Du scheinst aber Probleme zu haben, dich um dein Kind zu kümmern. Ja, meine Mutter hilft mir. Aber ich bin die Mutter von Stacy und durchaus in der Lage, mich um sie zu kümmern. Rainer, du brauchst deine Mutter nicht, solange ich hier bin. Ich würde gerne eine Vereinbarung treffen, damit wir uns das Sorgerecht für Stacy teilen können. Wie bitte? Willst du mir mein Kind wegnehmen? Ich will sie nicht wegnehmen. Ich will sie teilen. Sie wird mir helfen, meinen Sohn weniger zu vermissen. Außerdem bin ich eine viel bessere Mutter als du. Das reicht! Plötzlich erschien meine Mutter an meiner Seite, wie eine Superheldin. Du lässt meine Tochter in Ruhe, ist das klar? Wenn du sie noch einmal belästigst, lasse ich dich festnehmen. Das kannst du nicht tun. Vielleicht kann ich das, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich du wäre, würde ich es nicht riskieren. Jaces Mutter war wütend, aber sie stürmte ohne ein weiteres Wort davon. Vielen Dank, Mama. Jetzt, wo ich weiß, wie sie ist, kann ich es wirklich nicht mehr ertragen, neben ihr zu leben. Keine Sorge. Du und Stacy könnt bei mir wohnen, bis Jace zurückkommt. Und genau das haben wir getan. Während wir bei ihr waren, fing Stacy an zu reden und ich bekam einen neuen Job in meiner Heimatstadt. Ich liebte meinen Mann, aber ich hatte nicht bemerkt, wie sehr ich meine Mutter vermisste. Eines Nachts wachte ich mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch auf und sprang aus dem Bett. Ich wusste nicht, was los war, weil ich wusste einfach, dass ich nach Stacy sehen musste. Mami, wo bist du? Mami! Stacy, ich kam bei Baby. Ich rannte zu ihrem Zimmer, aber ich konnte sie nicht in ihrem Bett finden. Ich flippte aus. Mama, wo ist Stacy? In dem Moment hörte ich einen lauten Aufprall. Ich rannte die Treppe hinunter und sah, wie Stacy auf dem Boden lag und wie verrückt heulte, während meine Mutter sich um einen Eindringling kümmerte. Was machst du hier, du Psychofrau? Du hast gesagt, du würdest mir mein Enkelkind nicht überlassen. Ich bin gekommen, um mir zu holen, was mir gehört. Ich habe dir gesagt, wenn du meine Tochter noch einmal belästigst, muss ich dich verhaften. Du hast es mir sehr leicht gemacht. Meine Mutter legte ihr Handschellen an und fuhr sie in ihrem Pyjama zur Polizeiwache. Mami, was ist los? Psst, Süße, du brauchst dir keine Sorgen machen. Oma ist eine Superheldin. Sie wird sich um uns kümmern.